Alex, du bist einer der Jüngsten, die aus Deutschland in die Serie A gegangen sind und das zu einem richtigen Top-Club. Erzähl mal, wie war das damals? Wie kam das alles zustande? Von Stuttgart hierher? Das ist eine lange Geschichte, aber fangen wir mal von vorne an. Also 2008 war es, glaube ich, hatte ich die Möglichkeit nach Mailand zu wechseln. Deswegen habe ich es dann genutzt sozusagen, bin hergekommen, habe Trainingseinheiten absolviert, die waren einverstanden. Haben mir einen Vertrag gegeben. Ja, so bin ich erstmal rübergewechselt. Am Anfang war es sehr schwer, weil ich kannte die Sprache nicht. Nicht mal ein Wort, tschau. Nicht mal tschau konnte ich. Weil in Deutschland sagt man tschau, auf Wiedersehen. Und ja, so war es dann. Habe ich im Internat gelebt zwei Jahre lang. Habe für die Primavera gespielt, also für die zweite Mannschaft. Das erste Jahr war etwas schwer, weil, ja, Gewöhnungssache sozusagen, der Fußball war auch anders. Und stimmt die Geschichte, dass Sie damals wegen ein paar schlechter Zensuren ein bisschen vom Training aussetzen sollten und sich gesagt haben, wenn das so ist, dann gehe ich halt woanders hin? Äh, ich will darüber lieber nicht reden, weil es ist die Meinung von Stuttgart aus. Von mir war es nicht so die Meinung, weil in der Schule war ich eigentlich nicht so schlecht. Und die Probleme kamen dann halt, als ich den Vertrag nicht unterrichtrieben habe. Haben die gemeint, ja, schlecht in der Schule, warum sollen wir dich fördern, wenn du den Vertrag nicht verlängerst? Ja. Da haben die mich zwei Wochen vom Training suspendiert. Ja, und dann, ja, da habe ich zwei Wochen lang nicht trainiert. Und dann bin ich hergewechselt. Und jetzt war es ja im vergangenen Dezember dann soweit. Sie sind in der Champions League gegen Ajax. Haben Sie das erste Mal mit den Großen vom AC Milan auf dem Platz gestanden. Waren Sie da sehr nervös? Äh, ich habe ja schon in Vorbereitungsspielen mit den Profis mitgespielt. Das erste Mal in der Champions League, wo es um was geht. Das war schon mal ein großer Traum, im Champions League zu spielen. Leider waren es nur 15 Minuten, aber man fängt ja klein an sozusagen. Deswegen war es echt ein geiles Gefühl. Muss man sich ab und zu mal kneifen und denken, ey, das stimmt jetzt wirklich? Kneifen nicht, aber das war dann die Realität. Das wäre umso schöner, dass ich eingewechselt wurde. Schade, dass wir dann verloren haben, aber für mich hat dann gezählt, dass ich in der Champions League mal gespielt habe. Das war der Schöne dran. Und dann hat es gar nicht lange gedauert. Dann haben Sie erst das Tor geschossen, im Pokal, glaube ich, für Milan. Die letzten Monate ging es sehr schnell. Etwa. Turbulent, turbulent sozusagen. Nein, das Tor. Es war ein Tor, mehr oder nicht. Ist das nicht noch so genau in Erinnerung, wie das abgelaufen ist? Ja, klar weiß ich, wie das abgelaufen ist. Ich sehe es oft im Fernsehen. Dann kam der Pass, Schuss, Tor. Habe kurz gejubelt, aber dann ging es weiter. Deswegen habe ich das Tor vielleicht eine Woche lang noch auf dem Sky gesehen. Also bei uns im italienischen Fernseher lief es die ganze Zeit. Ja, es war ein tolles Gefühl. Und für Milan, für so einen großen Verein, Tor zu schießen, als 18-Jähriger, war schon eine schöne Sache. Sind Sie als 16-Jähriger, glaube ich, hierher gekommen, alleine, im Ausland? Ist das nicht auch unheimlich schwer? Fühlen Sie sich da manchmal ein bisschen allein und ein bisschen einsam auch? Ist ja nicht einfach in dem Alter, wenn man in eine ganz fremde Gegend geht, niemanden kennt. Ja, am Anfang sicherlich, 16 Jahre. Ich war weg von zu Hause. Ich kannte es nicht, alleine leben im Internat. Zu Hause hatte ich alles, meine Familie. Ich kam nach Hause, das Essen war da. Hier habe ich auch das Essen bekommen. Aber ich war halt zu Hause. Ich hatte alles, ich hatte das deutsche Fernseher. Hier kam ich hin, mein Zimmer war nicht so schön wie zu Hause sozusagen. Das Fernseher war viel kleiner. Und die Freunde haben gefehlt. Ja, und deswegen war schon eine schwere Zeit, weil keiner konnte Deutsch. Ich war der einzigste Deutsche. Wie ist es jetzt? Jetzt werden Sie 19 nächsten Monat. Also sind Sie ja auch noch ziemlich jung, um ganz allein auf eigenen Füßen in einem fremden Land zu stehen. Mittlerweile bin ich ja schon zweieinhalb Jahre da. Im Sommer wird es dann drei. Deswegen fühle ich mich puddelwohl hier. Und ja, ich habe mich eingelübt auf jeden Fall. Schon seit einem Jahr hat es vielleicht gedauert. Seitdem bin ich hier angekommen, finde ich. Gehst du Italienisch? Sehr gut. Auf der Straße nebenbei oder hatten Sie richtig Unterricht? Nee, das erste Jahr bin ich extra auf eine Sprachschule gegangen. Die Sprache zu lernen, weil es war schon wichtig. Ohne die Sprachschule wäre es sehr schwer. Wenn ich jetzt manche Mitspieler aus Deutschland sehe, er kann noch kein Italienisch. Und er sagt, äh. Van Bommel, meinst du? Nein, Boateng. Boateng? Ah, du, ah, Punkt, Punkt, Punkt. Ich will auch die Sprache können. Und deswegen habe ich gesagt, ja, geh lernen, sonst lernst du es ja nie. Ja, das stimmt. Man muss irgendwie schon lernen, Privatlehrer oder irgendwas. Deswegen ist die Sprache sehr wichtig. So stehen Sie in einem Kader mit einer Mannschaft, in der es viele Superstars gibt. Ja, Insagi, Brahimovic, Rubinio. Gibt es in der Mannschaft so eine Art Hierarchie? Sind Sie da noch sozusagen derjenige, der die Bälle tragen muss und als letzter duschen darf? Oder gibt es solche Hierarchie überhaupt heutzutage noch in so einer Mannschaft? Und wenn ja, würde mich mal interessieren, was ist denn sozusagen der Nachteil des Jüngsten im Team? Klar gibt es eine Hierarchie, weil die Stars haben ja schon alles gewonnen. Die tragen nicht mehr die Bälle. Die haben irgendwann auch die Bälle getragen, deswegen ist kein Problem. Ich trage zwar nicht die Bälle, die werden für uns getragen, aber ich hätte kein Problem, die Bälle zu tragen, weil ich bin schon bei Milan, für die tue ich das gerne. Mit so großen Stars zu trainieren, kann man viel lernen. Was müssen denn die jüngeren Spieler in dieser Mannschaft machen, was die Älteren nicht mehr brauchen? Jeder braucht was, aber wir müssen Tag zu Tag unsere Leistungen abrufen und mehrere zum Beispiel laufen, als die Alten, für die Alten laufen, obwohl es keine Alten sind. Aber für die Älteren sagen wir sozusagen. Macht trotzdem Spaß, ne? Ja, sonst wäre ich nicht hier, wenn es keinen Spaß machen würde. Wie ist denn eigentlich mit Schule? Ist Schule irgendwann abgebrochen oder ist das inzwischen kein Thema mehr? In Deutschland wird das gerade diskutiert, weil Schalke, der Draxler, auch als 17-Jähriger jetzt ein schönes Tor geschossen hat und die Empfehlung bekommen hat, doch in der 11. Klasse die Schule mal sein zu lassen, um sich seiner Profikarriere zu widmen. Wie ist das bei Ihnen gelaufen? Ich weiß nicht, wie man jung war, aber als ich hierher kam, habe ich nur die Sprachschule besucht, das war es dann. Habe ich nicht mehr weiter mit der Schule gemacht, weil ich weiß nicht. Wie lange bist du zur Schule gegangen in Deutschland? Bis zur 10. Klasse, Realschule. Ja, hier gab es glaube ich auch keine deutsche Realschule. Und jetzt von der Zeit her, wir trainieren morgens und sind die ganze Zeit auf Reisen in den letzten drei Monaten. Und da war ich nur unterwegs. Wir spielen jetzt jeden dritten Tag. Für Schule wäre da wenig Platz. Vielleicht würde ich mal irgendwann nachholen, aber zurzeit fühle ich mich so wohl auf dem Platz sozusagen. Deswegen Schule denke ich gerade drüber nicht nach. Sie haben ja in Deutschland auch in den Junioren-Nationalmannschaften viel gespielt, haben glaube ich auch getroffen gegen Tschechien im Oktober, glaube ich war es, in Dresden. Jetzt gibt es die Geschichte, dass Sie sich noch nicht richtig entschieden hätten, für welche A-Nationalmannschaft Sie mal spielen sollen. Ich höre, dass auch Advokat für die Russen schon mal bei Ihnen angefragt hat. Was stimmt von der Geschichte und wie ist die Situation gerade? Also von Russland hat noch niemand angefragt. Deswegen ist es vielleicht eine Lüge. Es steht in der Zeitung und bei mir hat noch keiner angerufen, überhaupt bei meinem Management. Deswegen kann ich dazu nichts sagen. Für die Junioren-Nationalmannschaften habe ich bei der 15, 16, da habe ich mal ein Jahr lang nicht mitgespielt. Aber jetzt war ich wieder eingeladen worden, zu der 19. Es ist gut gelaufen, habe gleich ein Tor gemacht. Deswegen habe ich mich auch sehr gut mit dem Trainer verstanden. Also ist die deutsche A-Nationalmannschaft schon so etwas wie ein Ziel? Ziel auf jeden Fall. Aber wenn ich meine Leistung bringe, da kommt alles von alleine. Was ist Ihr größter Traum, sportlich gesehen? Wenn Sie es sich jetzt aussuchen können, ich bin jetzt die gute Fähne und kann das erfüllen. Also zurzeit lebe ich meinen Traum. Und mein Traum ist es, die Champions League, Serie A, Pokal zu gewinnen. Irgendwann mal einen Standplatz bei Milan zu bekommen und für immer hier zu bleiben. Wie sind Sie auf die Nummer 52 gekommen? Also im Sommer haben die mir die Nummer gegeben und ich war damit einverstanden. Gefällt mir die Nummer, bringt mir Glück und deswegen behalte ich die jetzt. Und ja, jeder will vielleicht die 10, ist okay. Aber irgendwann will ich, ich will ein Star werden und dass die Kinder dann sagen, ich will die 52. Schlecht. Ich wünsche Ihnen alles Gute für. Vielen Dank.